Der Vorverkauf für das inklusive Musik- und Tanzprojekt Aus der Neuen Welt am 26. Juni um 19 Uhr und am 27. Juni 2015 um 11 Uhr in der kleinen EWE Arena läuft. An dem Projekt nehmen rund 130 Oldenburgerinnen und Oldenburger teil und entwickeln gemeinsam eine eigene Bühnenchoreografie. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit dem Thema inklusive Zukunft Oldenburgs und bilden einen Querschnitt der Gesellschaft. Jung und alt, Männer und Frauen, Menschen mit Handicap und ohne, uroldenburger und zugewanderte Bürger und Politiker.